Hallo Leute, es ist der Oex zu einem Konzertwork von der Watcherswöchzeit. Wir sind 2005, und zwar gegen Man City. Es gibt hier elfgebenden Overwatchs und haben die in den Heren treffend. Das ist eine Frage. Wer trifft den unflöcklichen Tor? Schiedeln 2 zu 1 von Chelsea. hier und jetzt zu liefern Trainerin das war das war jetzt haben wir keine Miele lang, das war 5 Schuss aufs Tor haben oder mehr Passu Passu Knoll Superbenson ist die Ersten Schanz für das Spiel Knoll 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 Kann man keine Partie für sich entscheiden Knoll 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 ainda Knoll Knoll Wir dürfen aber nicht der erste sein. Es gibt einen Ski. So dann, pass so gut und so, geht jetzt so mit einem Schuss, da fliegt er auf. So, mit dem Schuss und er geht erfolgreich auf ins Tor. Es steht nur 2 zu 2 für Chelsea. Es war eigentlich kein so schwerer Ball gewesen. Nein, hätte man schon halten müssen. So, mit dem Schuss. 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 Es wird zur zweiten Fahrzeug abgefiffen. Chelsea mit bisschen mehr Schanzen. Sie haben noch mehr Sinn-Schanzen hier gemacht. Hier Dos One im Flames separation runter. So, mit dem Schuss und Schuss. Das ist ein Schuss, aber mit einem Stuhl. Hier oben oben. Ich glaube, das muss ich sehen, oder? Let's see. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017